Am Montag haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns. Die wohl wichtigste wirtschaftspolitische Influencerin für Robert Habeck. Der Spiegel nennt sie die aktuell einflussreichste Ökonomin der Welt. Mariana Mazzucato, Wirtschaftsprofessorin vom University College in London, diskutiert mit Professor Michael Hüther, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, über die Rolle des Staates. Soll er Regelsetzer sein? Soll er Mitspieler sein? Irgendwas dazwischen? Wir stellen die Frage, ist der Staat der bessere Unternehmer? Seien Sie bei der Beantwortung dabei am Montag, 8.05.15 Uhr, hier in Berlin oder live im Stream.